Hallo Leute und kommen zu meinem Video ich hab schon ein Pony gemalt das soll mein Pony sein nun wird's ausgemalt ich mach jetzt gleich noch Musik an da hab ich schon gestartet, was meine Lieblingsmusik ist nun mal ich aus ich hab die Farben schon ausgesucht so ab geht's Hautfarbe h au also ich hab schon die Männer auch gemalt das soll auch dazu jetzt weg und noch die Augen mit der braun ich habe es jetzt wirklich gut hat er abgeschnitten weil sonst dauert es ja so lange wenn man hingeht, ist es halt scheiße leider ich kann es halt nicht anders sagen ist doch egal, oder? hoffentlich hier läuft die Musik, weil ich habe die laufen lassen das tut mir wirklich, dass ich vorsprungen musste aber sonst hättet ihr das Video ja nicht ganz gesehen das ist halt so, jaaa das tut mir wirklich gleich sonst geht es ja gar nicht leider aber trotzdem, ihr seht, wie ich es nahe bei mir dauert es manchmal lange manchmal zu lange, manchmal kurz noch weil ich manchmal nicht ausmale aber ja aber ich gebe den Namen hoch und gleich ist fertig oh Gott ich muss bald wieder stimmen spitzen oh Gott ich habe auch noch eine Freundin, jaa die ist auch auf Youtube ja, halt her also bisschen grober, aber sonst geht es nütz ich glaube keine Musik von Bob GmbH von Bob GmbH ich glaube der ist auch deutsch weil der steht bei dem Video